Das, das hab ich so gehofft, das hab ich so gewollt, genau das da! Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute! Meine Güte! Wey! Okay, was ihr da gerade seht, du hast eine versiegelte Waffe erhalten, Kramgedöns, war geplant, ich hab mich dazu entschieden, diese behinderte Mission für den Stufe 3 Stab mit Lana, die wir gestern angeschnitten haben, ohne euch zu farmen. Und, ich guck mal auf die Uhr, es war, es war eine 2 Liter Cola Flasche nötig und 2 Stunden Arbeit. Bis dann nun endlich mal alles gepasst hat. Ich hab, äh, also, ne, da, hier, bla, äh, Lana ist durch diese ganze scheiß Aktion auch, äh, ich glaube mittlerweile mein höchst leveliger Charakter, obwohl ich den Spielstil von der ja so gar nicht mag. Ich glaube, ich wäre so daran verzweifelt und ihr hättet direkt eure Abonnements, äh, in die Tonne getreten und sonst irgendwas, äh, hätte ich euch partweise diesen Bullshit, äh, präsentiert. Ähm, äh, hier, hier seht ihr, äh, die Stats, die ihr braucht, um, äh, äh, Goldshit zu kriegen, wenn ihr das, äh, nachmachen möchtet. Heilige fucking Scheiße. So, also, das war echt ne eklige Mission. Äh, entweder hat's ein bisschen am Schaden nicht gepasst, dann hab ich, äh, vor zwei Versuchen, ähm, die, 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 ne, vor drei Versuchen sogar, äh, relativ, relativ in der Mitte von der ganzen Scheiße, ähm, hab ich ne richtig gute Kampfdauer und kaum Schaden gekriegt und, äh, 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 hatte dann aber, äh, weniger als 1200 Feinde besiegt. Und dann haben die mir auch wieder meinen schönen A-Rang, äh, verwehrt. Hm. Ah, das, äh, das war grausam. Wenn ihr euch gestern noch dran erinnert, dann musste man auch ab und zu, da, das sieht ja nice aus. Der Ferone-Stab. Jawoll! Na, den können wir ja jetzt nach Lust und Laune skillen. Jawoll, jawoll! Hm, 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 hm. Jo, ja. Oh, hm, schön, mehr als 10 Waffen, bla, Deko-Stab, kann weg. Da haben wir noch so ein, äh, hm, hm, okay, obwohl. Material, ja, hm, kann weg. Einzelner Wasserbonus, den behalten wir mal. Jetzt hab ich aber, warte, wie viel hab ich denn da bekommen? Warum hat er, wie ihr seht, hab ich ein paar Waffen mit Lana bekommen? Einen Wasserbonus will ich aber behalten. Ey, ihr seid doch scheiße! Wie viel muss ich hier noch ablegen? Gut, dann kommt der noch weg. Ah. Jo. Ich werde auch so viel skillen können nach dem ganzen Bullshit, den ich ja jetzt hier zusammengefarmt habe, wie der Willen. Aber ihr habt nichts verpasst. Abgesehen von, äh, diesen paar Versuchen hier. Also, ich werde das wahrscheinlich auch öfter machen, denn, äh, manche Aufträge hier, äh, habt ihr ja selber schon bemerkt, die sind leider wie hier, wie dieses Zelda-Ding. Ich denke mal, das, äh, werde ich euch dann eventuell auf die gleiche Art und Weise präsentieren. Obwohl da noch eine Skulpturla fehlt. Äh, wir werden sehen. So, äh, wir wollten allerdings natürlich lieber, hast du nicht gesehen, weitermachen, äh, Moment. Wir wollten ja eigentlich bei der Story weitermachen, das mache ich natürlich auch mit euch. Äh, ich werde nur, ähm, mal eben, Moment, hier irgendwo reingehen, um, äh, diesen Stab schon mal zu skillen. Waffenkammer. Damit wir wieder mehr Waffen mit, äh, der guten Lana benutzen können. Ähm, so, also, als allererstes muss da rein. Wasserbonus. Denn dieses Teil hat ja sowieso mega viele Wasserangriffe. Dann. Äh, die Karre hier ist eigentlich schon verdammt nicer. So viele Combo-Boni, wie da drin sind. So, den können wir rausholen. Obwohl, ich weiß gar nicht, Combo-2 benutze ich eigentlich nie. Combo, äh, 4 dann schon eher. Mhm. Combo-5. Starker Angriff. Oder Sockel-Bonus. Den starken Angriff, wenn das nicht selten ist, dann. Was? Ach so, ich habe die Combo-5 da reingesteckt. Upsala. So, da würde ich noch gerne wissen, was dann hinter diesen 3000 steckt. Äh, ja. Combo-2 benutzen wir nicht. Sockel-Bonus, Sternen-Bonus, Wasser-Bonus haben wir schon. Combo-6. Combo-4, Combo-2, starke Angriff. Das ist eigentlich voll das geile Ding, was ich da gekriegt habe. Vorher. Mhm. Ja, aber der ist dann sowieso outdated. Dann kloppen wir die Combo-6 da rein. Das ist sehr wichtig. Die Combo-6 ist nämlich ziemlich geil. Die benutze ich ziemlich oft. So. Äh, das ist übrigens auch unsere erste Stufe-3-Waffe. So, wow. Ne? Okay, denke ich mal. Ich denke mal, dann hätten wir das alles gut genug reduziert. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Ne. Die dicken Bücher hier, da. Was haben wir denn da noch so tolles? Combo-Content-Bonus. auch alles irgendwie scheiße. Direkt die Combo 3 da rein, passt schon. Wo ich gerade da war. Level 43, ey, meine Güte. So. Jetzt lass uns doch mal sehen, was denn so überhaupt im Legenden-Modus weiter vonstatten geht. Ich merke gerade, mein Fernseher ist vielleicht ein wenig laut, damit ihr euch nicht ganz so bedrängt fühlt von der Karre. Könnte ja sein. Okay, da, die Ranell-Schlucht. Pyroma können wir gar nicht benutzen. Ja, gehen wir doch trotzdem erstmal nochmal in den Bazar und in die Medaillenschmiede. Nix? Gar nix? Dann schicke ich dich wenigstens in die Muckibude. Aber wie hulle, du. Da. Dann... Waffenkammer. Gucken wir uns auch an. Da gibt's ja wenigstens ein bisschen viel mehr. So. Combo die sechste. Oh, ja super. Das Einzige, was wir da reindrücken können, ist ja der Sternen-Bonus. Fürs Erste. Kriegen wir wenigstens dickere Waffen, ne? Ist doch gut. Juhu. Okay. Gucken wir uns das doch einfach an. Link und seine Mitstreiter hatten Pyroma, Zanto und Gerahim besiegt. Sears Lage war zunehmend hoffnungslos. Unterdessen machte sich Ganondorf ins Tal der Seer auf, um ihr das Triforce der Kraft abzuringen. Sia war in einer ausweglosen Lage. Entschlossen, um jeden Preis zu siegen, verbrauchte sie einen Teil ihrer eigenen Lebenskraft, um ihre Magie zu stärken. Sia war bewusst, dass dies ihr Ende bedeutete. Aber der Sieg war es ihr wert. Gut. Gut. Okay, aber wir haben dicke Truppen. Besiege Ganondorf. Dein Hauptquartier fällt. Hm. Das ist die Ecke in der Story, wo die beiden sich so ein bisschen dissen. Okay. Äh. Und. Ne. Da hier. Schlachtfeld. Was ist da los? Volga und Pyroma. Beide auf den Ecken. Was bleibt da hinten? Goma zweimal. Pfff. Okay. Okay. Dann los. Ich fürchte zwar, wir sind... Oh, Exal und Dino-Do sind auch wieder dabei. Sehe ich gerade auf dem Pad. Gut. Also, und wir starten dann jetzt oben, oder was? Jo. So, wir sind noch in Weiß. Das wollte ich gerade anmerken, aber... Ist doch egal. Boah. Boah. So. Ich bin echt ehrlich gesagt... Boah, Mann. Meine Güte. Ich bin auf dem Bögen fertig. Von, äh... Von dieser ganzen Scheiß-Aktion mit Lana. Eigentlich ganz gut, dass ich mit, äh... Sia jetzt wieder... Ohne irgendwelche kranke Kacke hier ein bisschen, ein bisschen rumkommen wohnen kann, Gegner auspeitschen kann. Jo, ist eigentlich, eigentlich ist das ganz entspannt. Das ist wie Urlaub. Ganz... Wow. Hi, Goma. So, ich kümmere mich um den Osten. Den Westen überlasse ich dir. Ja... Si. Ähm. Sag mal. Ey. Ey, 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 ey. Mistvieh. 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 Also, peitsch mir noch mal ne Runde. Komm schon, geht doch was. So, die gute Goma. Die, äh, schießt da jetzt bestimmt noch mal. Na, blazer für uns. Jawoll. So. Krieg ich das mit einem? Komm, mach. Mach kaputt. Yes, das sah gut aus. Und jetzt den Finish. Jawoll. Ach, nö. Knapper hätt's jetzt aber auch nicht mehr sein gekonnt, oder? Aber dann muss ich wenigstens nicht noch mal den Kom... Ey. So. Gepott. Schön. Hauptsache, wir haben die Kombo aufrecht gehalten. Waffe erhalten. Spezialanzeige voll. Vorposten Hauptmänner. Oh, das kriegen wir ganz kurz hin, oder? Komm schon. Na. Ist das entspannend. Mal ne Runde böse. Man hat Lobomadie das Hauptquartier. Bist du eigentlich behindert? Zerstört dieses Unkraut. Sehr, sehr schick. Ja, mit Ganon ist nicht so gut. Kirschen ist ein Westfest und steht kurz vor dem Fall. Dann gib mir mal eben das Schlachtfeld. Die... Da, man hat Leister unten. Äh, Moment. Schlachtfeld, äh. Hauptquartier, sieht gut aus. Da kommt ja so zum Glück auch nichts dran, wenn dieses Mistviech da ein bisschen... Es sei denn, das bombardiert also rum. Wir werden das mal im Auge behalten. Also prügeln wir mal ein bisschen Rundchen auf Roma. Und ich hoffe... Äh, ich werde jetzt einfach mal den Special da rein drücken. Ich hoffe da, äh... Ich kriege die jetzt mit zwei Kombos so down. Äh? Truppen von Ganon da rücken vor. Gefällt uns gar nicht. Komm, gib nochmal einen Stärken. Äh? 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 Ja, war klar. So, dich kriegen wir auch noch da kaputt. So, währenddessen. So, man krüppelt da so in der Gegend rum. Das kriegen wir aber auch noch hin. So, schon. Mist. Das wollte ich eigentlich noch... Geht trotzdem. Cool. So, und jetzt holen wir uns dieses Hundkraut. Wie sieht das mit dem, äh... Hauptquartier aus? Oh, ja. Passt. So. Was ist hier los, ja? Ey, du Mistvieh. Bam! Da hab ich was ganz Tolles für dich. Da, 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 da. Mach kaputt. Mach kaputt. Mach kaputt. Mach kaputt. Ne? Jo, 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 jo. Ach, Scheiße. Das war jetzt natürlich blödes Timing. Egal, drüber Spezialangriff direkt nochmal drauf Und die Schatten links prügeln Währenddessen auch nochmal ein bisschen Und jetzt noch, ja, komm, komm Geh kaputt damit, mach, mach das kaputt Jawohl, Unkraut So geht das Und noch eine Waffe Was ist jetzt da hinten los Pyroma ist Pyroma Wieso ist Pyroma ein Gegner Er zittert von meiner Macht Wie oft verrät der Buster Hab ich eigentlich Ich muss jetzt mal verraten Pyromas Magie wird nicht lange halten Zuerst müssen wir uns um das Hauptquartier kümmern Oh wow, der rückt aber richtig dick vor da oben Sia hat die Dunkeln links beschworen Auch wenn mich meine Diener verraten Der Held wird mich beschützen Ach, jetzt fängt die wieder damit an Er mit seinem Death Ray Ich will den so backen können Genau wie er Was? Oh, Dunkeln links sind jetzt mittlerweile unsere Feldmarschalls Sehr geil Komm schon, ey So, jetzt mach den kaputt Immer noch nix Pyroma ist wieder was gefallen Aber Pyroma geht mir gerade voll auf den Sack Machen wir das einfach so Komm schon Ey Was hat der denn für Power? Da Geh kaputt Spaß Klar, dass ich euch alle kaputt peitsche, oder? Mein Tausendmal versklavt Mit Bann belegt Sonst irgendwas Volga greift Gandalf unbarmherzig an Ich fordere dich heraus, Gandalf Kämpf gegen mich Was treibt der denn da unten? Soll der also zeigen, wo dein Platz ist Er wird so sterben So, und geht's los? Gandalf hat im fremdlichen Obquartier eine Finsterbarriere errichtet Was? Eine Falle? Ähm, ja Ja Das hab ich gesagt Sie hat die Westregine erobert Gucken wir uns erstmal an Ostfestung droht zu fallen Ja, dann holen wir uns halt die Wenn... Jejeje Ich find Volga ja zwar nun mal echt cool Aber, äh... Ja Er ist da dann doch etwas Äh, zu heißblütig Würde ich mal behaupten So, also beschützen wir uns mal diese blöde Ostwehrfestung Und, äh, prügeln da, äh, Zeug kaputt Ja Volga hat sich vorerst zurückgezogen Vorerst Finde ich ziemlich Schon mal gut So, Exal und Dinodo Und drei Dunkellinks Die halten da oben die Stellung Ist eigentlich ziemlich geil Gandalf hat Monster besporen Ach du Scheiße Also dieses Final Battle Genug des Geplänkels Wir nehmen uns jetzt die Ruinen Äh, scheiße Jetzt wieder los Oh Der Herr greift höchstpersönlich ein Da, okay Er ist sauer Okay Er ist sauer Der Dämonenkönig Ganondorf Ah, ist der sick Komm, jetzt Rotz da so ein bisschen rum Ist okay Volga ist zurückgekehrt Das ging ja schnell Ich hätte nicht gedacht Dass er noch so viel An Reserven hat Ja Guess what Du kümmerst dich um den Schutz Des Hauptquartiers Volga Das ist ein Befehl Sehr gut Endlich hat die den mal wieder Unter Kontrolle Warum sollte ich dir noch Gehorch nicht tue Und lasse was ich will Jetzt kommt der auch noch Mit so einer Shit Volga ist erneut auf dem Vormarsch Ah, okay Zumindest Das sind zu viele Wir können unmöglich noch gewinnen Ja, doch Großer Volga Vergebt uns Wir müssen uns zurückziehen Was? Telle Truppen des Bösen Was tust du hier Was tust du hier Oh, Ganondorf Ich muss ihn besiegen Ich werde dir helfen Gemeinsam können wir Ganondorf aufhalten Gut und böse Verbinden sich gegen mich Aber sei's drum Zwei Fliegen Mit einer Klappe Natürlich Hauptquartier ist offen Erstmal gucken Dass ich mein Hauptquartier Hier Ganondorf stärkt Was? Wir müssen ihn schnell besiegen Ja Geht das da oben nicht klar Die Siegelgarnandorf Musst fest Irgendsteht kurz davor zu fallen Schon wieder Oh, die dunklen Links Die räumen aber ganz gut auf Ich werde trotzdem ein bisschen helfen Festungskommandant und so Lichtmagie sollte die Finsternis Aber was? Bedingungen für die Niederlage Haben sich geändert Lana darf nicht fliegen Das Hauptquartier darf nicht wollen Ja So, dieser Nachtschwärmer hier Der geht mir um den Sack Das Quartier der Lana zum Feindlichen Boah Gehen wir doch nicht auf die Eier Wo ist Lana? Da unten Na gut, krieg ich hin Ganondorf wurde durch Magie gestärkt Ja, scheiße Kann die Magie füllen Aber es reicht noch nicht Ja, sehr schön Kann auch nicht schnell besiegt werden Das hier hat auch keine Besiegt Klar Ehrlich gesagt Also es läuft eigentlich gar nicht so schlecht Aber Irgendwie Bin ich Ich bin skeptisch Also ich will nicht sagen Nicht zufrieden Aber sehr, sehr skeptisch Auch wenn ich hier einen nach dem anderen Schön auspeitschen kann Und Alle dann In meinen Tollen Pornosm-Keller Entführen könnte Und hast du dich gesehen Und Rey, 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 Rey Wo ist sie überhaupt Warum ist Lana immer noch da? Ja, komm Spuck mal ein bisschen Feuer hier Die haben eine kranke Defense Abgesehen davon Wenn die einmal so ein bisschen Feuer gespuckt haben Also muss ich dir jetzt hier alle platt hauen Damit Lana irgendwie sich nach vorne traut Oder was? So Haben die Spacken hier noch kaputt? Alter, was sind das denn für Horten? Ist der der Hammer? Das ist der Boomerang hier Wurzendurch Schade Er macht aber nicht so viel Schaden Okay Alter Schwede So gesturmen? Klappt das so? Stompen wir mal ne Runde Ja, Jungs Bam, 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 bam Bei dir ist das doch auch kein Problem, oder? Geht kaputt Du? Für dich drehe ich mich nicht mal um Ihr seid scheiße Wir sind alle scheiße Wenn ihr diesen behinderten Penner gehorchen wollt Dann, äh, von mir aus Aber ich erobere mir jetzt die Westruine Und, äh, mit meiner kleinen Schlampe hier Äh, läufe ich euch jetzt mal ne Runde entgegen Und dann seht ihr, was ihr davon habt So Äh, da, 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 da Bam, bam, bam Verpisst das Die hören ja gar nicht mehr auf Zieht euch die Kills rein Das ist doch schrecklich Man, was ist denn kaputt mit dem Kerl da unten? Er sitzt da einfach in seiner Hütte Klemmt sich ein Ei, oder was? Und, äh, beschwört einfach einen Monster nach dem anderen Wie macht man sowas? Da, Vorpostenhauptmann Sowas, sowas, sowas will ich Ja, wir haben ja auch ein paar Weißt du, wir machen das Oldschool Wir nehmen Festungen ein Und, äh, 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 äh Vorposten Und dann kriegen wir so ne Scheiße auf reguläre Art und Weise Weißt du? Aber nein! Ganondorf muss natürlich mal wieder cheaten Weißt du? Kaum hat man so ein blödes Triforst der Macht Äh, Ganondorf wurde durch die Magie noch weiter verstärkt Es ist sowas Einfach sowas 1700 Kills Komm, beschwör doch, was du willst Mir egal, was ist los? Wollt ihr mich, wolltet ihr mich nicht besiegen? Ja, äh, weißt du? Ganondorf muss schnell besiegt werden Ja, äh, könnten wir Lana Eventuell mal hier, äh, so, äh, lang eskortieren Geht das? Ginge das? Wenn ja, Leute, keine Sorge Ich hab auch, also ich schiel auch mit einem Auge Immer so ein bisschen auf die Zeit Äh, ich hab erbsichtlich ein bisschen überzogen Weil ihr ja den, äh, ganzen, äh, Schert Am Anfang mit Gedönse hattet So, bevor wir da jetzt reinschlüpfen Äh, machen wir mal den nächsten Part Aber ist ja wie immer eine Doppelfolge Da haben wir ja überhaupt kein Problem mit Also Hier mal ein Like draufsetzen Hab ich ja wohl verdient Für diesen wunderschönen, äh, Firone-Stab Den wir jetzt noch nicht ausprobieren konnten Und nicht ausgeskillt haben Egal Wir haben ihn Und, äh, ne? Ganondorf kriegt im nächsten Part ab die Fresse So